Ich krieg nur Blue Ich möchte nicht mehr Dropper Ach du gehst seitengang? Nur weil ich geh mit dem Mitspieler Ich sag grad schon Wir haben nichts verloren Dropper könnte kommen Dropper B sind auf jeden Fall Slaps Weiß nicht ob sie Flashes mit haben B lange kommen auf jeden Fall B lange Bomben Einer low, einer low, einer 10 AP, zwei Leute Oh das ist problematisch jetzt Sind schon raus B, Big Box Oh Einer schicken irgendwo Einer war auf A Ja ok das letzte Bombe ist bei uns Wecks wir beide Wie damals als wir Silber 4 geworden sind Richtig ich kann mich noch ganz genau daran erinnern Vor zwei Wochen Als ich dich gecarried hab Der macht uns Der lässt sich so viel Zeit Dass er so krass aimt Das sind Mindgames gerade Er macht richtig Mürbe gerade schon Der baut gerade die andere Bombe Wo guckst du? Guck in der Mitte und ich meine connecte uns Das da Oh Gott er wird gleich um die Ecke kommen Oh nein du hast den Hinner gekriegt oder? Ja Ja aber ist schon ok Er ist draußen er will dich töten Er will dich töten? Ja Er ist super weit weg So weit kann ich nicht gucken Oh scheiße mir geht die Budi aus Ah Oh Gott zwei Schuss Jetzt kommen die Tricks pass auf Ziel ist rein Da ist jemand abgehauen Katze Weg mit ihm brauchen wir nicht Verfolgt er dich? Könnt er doch schaffen Ne Oh ne Doppel Letzter Schuss? Ne einen hab ich noch Ah ok 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 Hast du das nicht getan während ich ein One on One hatte? Ähm ich hab auch versucht drauf zu schießen Also wirklich Aber da war ne Wand wahrscheinlich Ne ne ich hab ihn auch auf meinem Monitor gesehen Ja ok Ich hab ihn einfach nicht getroffen Mhm Ja Wird er das die Demo bestätigen können nämlich an? Ja das kann es wirklich Was hat er jetzt schon wieder? Hat er mir nicht fürs Internet bezahlt? Normale Probleme halt Äh Äh Noch ne halbe Stunde später Was? Was ist in ner halben Stunde? Was halbe Stunde später? Die ganze Zeit so Ist connected nicht Ist connected nicht Jetzt kann ich die Sprachen eigentlich wenigstens kurz anhören So dankeschön Liebes Internet Gehst du dich bitte verbuddeln Sehr tief Danke Aber dann hast du noch schlechtere Connection Ich würd's nicht mit dem Tief verbuddeln probieren Was heißt noch schlechtere? Weißt du? Während das Ding läuft kann ich mir ein Auto runterladen Aber Ah Ok Also jetzt was da Jetzt kommen die B Und es gibt's nen U und P Ace Wex hat nen Timeout Wex hat nen Timeout Ne ich mach äh Bei B jetzt nen Bitzen Ace Alter Mit meiner Äh Hier Casino Bitzen Alter Schwede Oh da haut das Timeout lange Und jetzt nochmal Freestyle Das ist nervig Ja Das ist Aber auf 15 Minuten Nein Ist alles nur schwarzweiß Oh Ok ok Die schreiben gar nicht Die sind voll langweilig Die sitzen gerade ja Die können gar nicht schreiben Ich hab bei mir Steps Einer Mitte Ok Keine erst für mich Oh Items Oh gechockt Ich hab gechockt Der gibt mir halt den Klick Was soll denn das? Ne das nen Schock Nein 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 Einer kommt noch Alang Aha Und ich komm auch Alang Alang ist down Noch einer Alang Alang ist down Ok Maaah Das ist so irritierend wenn hier keine Mauer mehr steht Die Mauer muss weg Die Mauer ist weg Mauer ist weg Mauer weg So Danke Max wann komm mal Mauer ist das Go Video Max wann komm wieder der Countdown strike Wenn ich sofort 500 Euro bekomme Also machst du es nur wegen Geld Ja Du erzählst immer du lässt dir so viel Zeit Weil du deine Passion da auslebst Genau Und weil dir das wichtig ist Dass du Qualität rausbringst Ne Das ist immer der Donation Tracker Da bekommen wir auch sehr viel Äh Raumbesuch Der komplett niedergemäht hatte ich den Tod Nein Nein Einer Minimum Können wir sein Das B lang Ich will nicht drüber reden Dann reden wir nicht drüber Also ist A jetzt Um Freeway Ah ist Ghost Town Sogar mautlos Da war einer hinter Wut Kannst du bitte Du bitte auch Noch einer Mit Fettchurch 7hp A lang Mhm Genau der Wollen wir da und Ah ich könnte vom B kommen oder Wär jetzt typisch Häh 70hp Habe ich eh nicht erwischt Links Aber schön gegen den Linken Arm geschossen Ich glaube ich muss auch 4 zu 3 spielen Alter Bist du schon 4 zu 3? Hast du umgestellt? Ich noch nicht Sonst hätte ich den bei Vex ja gehabt auf die 15 Meter Ja ja Ich kann mich halt echt nicht sinken Das ist halt zu krass Kenne die Spitze um 4 zu 3? Ja Ok Deswegen bist du auch besser als Vex Und als die Und als die Ja Das Hat geschnit hier Ja Entschuldigung Dafür hast du nicht den 1 Dropper Ohhhh Auf C meinst du Das ist dieses Geschenk zu mir Ja oder ist egal Kann ich auch nicht Kann ich auch nicht mehr Wurde es deaktiviert? Ich dachte ich habe das aus Versehen weggemacht Was? Was denn? Ja Chub chub Ich werde gepusht Oh mein Gott Oh Gott ist es A Sowas von high high Ich sehe ein großes A leer kommen Ich flash drüber Ich flash nochmal Guck mal Oh einer ist hinter mir Och nein Fuck Oh Gott Wie du wegläufst Ja ich wollte mich schnell verstecken War auch gerade echt schlecht von mir also Ja Ja Wow guck mal nicht einer von euch hat gesagt von mir auch Ne war es ja auch nicht War ja auch nicht Cool Danke Z Wieso ist das jetzt Z? Das war immer auf C Es ist aber jetzt Z Wegen dem Battle Royale Modus Weil X heilen ist Ahhhh Das ist doch kacke Ich habe es auch ewig gesucht Geh mit der flash Wir gehen eh wieder mit Ja die gehen mit Du kriegst nichts Hab nichts Ich hab seitengang Steps Ich hab seitengang Steps Das ist jetzt echt das Wienchen priorisiert Rie Oh Einer ist B lang Ehh Ja aber er ist noch ganz weit B lang ist da Hallo Du kleiner Schlawinster Das noch einer? Hast frei Hast du Ja wir haben die Bombe Nice Ja warte Ja siehst du Thanks Was denn ist das ein AWP? Ja Aber die hast du zu dem falschen geworfen Oder wo ist die Dankes wird dran Ahhhh Hast du jetzt echt meinen Arbe? Das ist meine Arbe Das war ein Geschenk Haha Tut mir leid Bei der rechts Ähm der ist jetzt A lang Mit Orbs Noch ein Stück rechts Der kommt ähh Schieß nochmal Schieß nochmal Stell befolgt Okay Okay So wie damals in 1.5 Alter mit den Überreflexen Aber auch wenn ich ihn so Oh er ist vorbei Du bist älter geworden Wuh Warte hier Höh Oh Das hat nicht so funktioniert Ja Hätte ich mal die AWP bekommen Die wollte ich hier grad hochschmeißen Wie fühlt es sich an von einem Real Girl zerstört zu werden Aber jetzt kriegst du die AWP Okay Gut Ich danke Dadurch kannst du maximal eine P90 geben Ich hab dir gestern den Arsch den ganzen Tag gecarriert ne nochmal so Gestern? Wir haben einen Match gewonnen Ne wir haben unentschieden gespielt oder? Ne Ein Match haben wir unentschieden gespielt ja Ja sonst hätten wir immer 16-0 verloren Dadurch noch gut war im CS Ja damals Kostsam im Krieg Source oder was Da war jeder gut nämlich Oh Gott Zwei Minuten Source hab ich nie gespielt Wärst du trotzdem gut gewesen Ich hab endlich nie Ja ok Da war jeder gut Da oben steht einer Da ist ne Stadt Oh Gott Sind wir mal wieder auf den Highway Ja Wird wieder A Das wird sowas von A Das wird sowas von A Ich hab da noch einen für A lang 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 Jawohl Jawohl Weg da mit der Leiche Entschuldigung Alles gut Letzter Orb Ich weiß aber nicht War noch Ich glaub einer klar Ja der kommt von A lang Seitengang Willst du mich Down Down Ist ok ich mach das selber Down dann wird er nicht Down dann wird er nicht Was wird das hier? Ich hab die AWP Willst du hier haben? Ne ich nehm nach Karten Hau ab Ne hier Was? Ich hab überlegt hier Ich hab überlegt Was für Party Mucke ey Das müsste wie bei Fortnite sein Das wenn du ingame voice benutzt Dass auch der Charakter mitredet Ist ja jetzt so Ja das wäre Kann man bei uns tropfen Ja das wäre Kann man bei uns tropfen Siehst du irgendwas bei dir auf A? B kommt Noch einer B Nichts an Nichts an Nichts an Oh oh Die Bombe ist bei uns Die Bombe ist bei uns Ich wurde gebaitet Von mir? Ne der Typ hat ne Smoke beim weglaufen geworfen Und ich dachte ja ok der rennt ja jetzt richtig weg und dann hat er sich in der Smoke gesucht Die Bombe ist bei dir Eintems Die Bombe ist oben Ja ja der ist oben seitengang Oh Da schreibt er bei mir im Chat mit gerade weil ich ihn halt Oh ey Wir verlieren eben kurz die Runde Ich bin grad weggegangen Wir verlieren das nicht aus meiner Schrift Im Chat hat nämlich einer geschrieben, dass ich greedy war Das stimmt nicht Es gibt ja wenn du mit der AWP zwei Leute ineinander holst Christian baff Du fühlst dich ja dreimal stärker und schneller dann Den kannst du nicht ablaufen lassen Das ist halt so Das ist so Wenn du zwei Leute mit der AWP hintereinander holst dann denkst du und kisst die alle Du musst sie halt Hey ich hab ne M4 Danke Schwitze Affirmativ Geldverschwender Hey ne Speck ist was tolles Ich werd gepusht Down Down Einer noch Zwei, drei, alle bei mir Alle lang Alle? Werd dann die Fläche unter reingeworfen Alle Weiß ich nicht Einer beobenen wahrscheinlich der da rum gepusht ist Der da rum gepusht ist Kommen die? Oder geh die zurück Die waren hoch zum Hauptmann Ach als ob Ich bin mal 10 AP Es waren immer noch zwei da Bombe plus einer low Also wenn ein Wechselmitte oben hält ist er halt low Einer längs Ich glaub die gehen a die sind jetzt drauf Schön Einer noch 10 AP Ich bin nicht schätzt hier was grad passiert Ist das der Bait gewesen? Das ist 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 der Bait gewesen? Von dem Bait? Hätte ich nicht auf da du bist DRAGONOR läuft Einer Dropper? Ich glaub er ist mal ein B Raus Also er ist B lang rausgesprungen Ja beide B lang Stairs Einer noch ZITANIC? Ja das ist ganz wie gehörblich jetzt Pass auf Offside Da geh mal in real life Wenn du halt noch ein lauter steppst Dann holst du den Gegner auch noch Gut gemacht so ne? Ja echt eh Ja ne? Und so funktioniert's Und so zerbrötet der Keks nun mal Ja Also Katze, dein Armut kostet mich an Und so zerbrötet der Keks Und so zerbrötet mich an Nun mal Dein Arm Dein Arm Dein Arm Dein Arm Dein Arm Der war letztes Spiel schon nicht gut Der Spruch wird nicht besser Ja Ich werde recycelt den so lange bis er hip wird Genau wie das Wort hip Ja Endlater Richtig fresh is er Ähm Wenn ihr smokes Ähm Aber wenn ich da pushen wird hart glaube ich da Hallo Er klaut mir meinen Kill indem er sich selbst umbringt Das ist frech Das ist frech Gefällt mir Warum auch? Das sind noch ein paar Ja nice ey Ich hab keinen Kill die Runde gekriegt weil er sich selbst umgebracht hat Ey Vex kann ich dir kurz ins Bein schießen Wo bist denn du Vex? Da bist du Warum? Nein ich hab nicht mehr schießen können Weiß nicht Wollt dir ins Bein schießen Klar verständlich Ich hab auch manchmal die Bedürfnisse wenn ich auch wach Ja Erst jetzt erstmal in mein Bein schießen Das sind teuer Geiler Geiler Also Geiler Morgen ey Erstmal die Glock rausholen und die Zehen anpelurieren mit dem Ding Statt morgen Latte morgen Kugel ins Bein Geiler Family Friendly Er meint den Cappuccino Latte Macchiato Ich weiß nicht was du wieder denkst Weiß nicht was für einen Latten du denkst Lappen Lappen Ich hab Latten nicht Lappen gesagt Gott dammit ihr lenkt mich ab Bitteschön Natürlich lenken die nicht ab Ja Ich muss nur an Lappen denken jetzt Ich kann doch nicht arbeiten hier Oh nein ich hab mich selbst geflasht Ich flash die auch nochmal Nicht flash Mich Gebs mir Okay E noch E wieder B Die rotieren wahrscheinlich Na das wird Candy hören Und wenn dann macht sie die alle Seinen Gang Ja Siehste Ach komm Mit unten Ja Er ist abgehauen Er ist zurück Er ist zurück Aber da Candy steht schon Dragonlord Die hatten die Bombe Das war der sogar Der war auch noch bei der unten oder? Weiß nicht wo der andere ist Das war auf jeden Fall der der mich unten wo oder? Er ist rechts Er ist Connector What the fuck? Das ist eine mit übereinander zu tun Wo ist Connector? Oben auf dem Top Connector zwischen A und B Letzter Schuss trifft immer Letzter Schuss Jetzt läuft das hier schlecht So Warte noch Jetzt habe ich eine neue Strat Okay Aber warum spawne ich so weit hinten? Das ist halt immer Counter Strike hat so viel Glücksfaktoren ne? Stellt euch immer alle im Weg Das ist halt RNG der Spawn Das kann ich Das kann ich Ich steche eben in den Rücken Moment Also weg Ah Oh Gott sorry Jetzt wird das nichts mehr mit der Strags Mein Schuh ist auf Nein Ah Geht schon wieder Komm mal zurück Für den Fall dass du Hilfe brauchst Der ist schon ok Wächst doch nicht Er hat seinen Boost Er hat seinen Boost Einer zurückgegangen Die Pussis Einer kommt mit B Die Zwei Stück kommen mit B Ich knall dich ab wenn du hier hoch kommst Ey was geht Okay das darf ich auch Ich gehöre jetzt Ich schau was gut Achtung Flash Ich smoke Er guckt rum ey Bestimmt weil du hochgesprungen bist Ey wird nicht gehört Jetzt sind wir auch irgendwie gleich Oh Gott Ja Einer ist Dropper Ich hasse Einer ist W lang W lang close Titanic Pass lieber oben auf Wir haben die Bombe hier Oh das gefällt mir nicht Beide vom W lang oder Beide vom W lang Weil du es zehnmal gemacht hast Ne es kam noch nie eine raus An dieser Stadt Er kommt Beide kommen Wow Ne es ist alles wächst schuld Ja ne Du lernst schnell Oh Dalu braucht einen Drop Schade kann ich nicht Hier Dalu ne Waffe Äh ok Was aber jetzt hier dann Basic ey Ich kaufe noch ne Kötergranate Wuffuffuff Ok Ok Also es gibt Grenzen einfach ne Auch so Muss man einfach mal so sagen jetzt Ja Ich darf zum Beispiel nicht aus der Wohnung raus Ich warte mich warum Ich hab den Hausmeister gewissen Ich hab nicht viel Geduld W langen push Ah fuck Mitte steht auch Ich bin blind Kötergranate fake Kommt rum Da sind noch zwei vorne bei euch Einer low Noch einer Jawohl Er hat sich gelohnt War Bombe Bombina Oh Das ist schon tot Ah Mensch Er steht da noch im Witz und guckt Ja ich hab den Menschen doch umgebracht Ich hab doch den letzten umgebracht Der war doch da Ja ja Dachte das sind noch böse Menschen Und da wollten die mich knochen Oh mein Ich bin kommin Twitch Prime Twitch Prime Ja Werbung So wächst sich gerade so nennt Wenn ihr Twitch Prime noch überhaupt Und das vergessen habt Checkt das mal Falls ihr nur für sie erst irgendwen zu werfen wollt Ja Das Feature müsste bei mir noch an sein Könnt ihr gern testen Fuck das wäre so gut gewesen Dropper Könnten runter springen Einer low Hatten alle Pistol Also einer hat jetzt nehmt vier Wahrscheinlich der low ist Der gibt die nicht ab Einer B lang Ähm Achso Werden alle B sein Ich hab hier keinen oben Ah ich bin blind Oh da kommt was Bin auch blind Der ist schon durch da Da ist noch einer durch ja Dropper raus Komm ich ja hin Einer hab ich Einer hab ich Einer hab ich Letzter Nein letzter Achso letzter sorry Ich hab einen Krieg der Smoke Er hatte wirklich die Waffe behalten Wie geil ist das denn Ich hab dem einen auf 16 HP geschossen oder so Und er hat meine Waffe gepinkt Danke Und er behält sich einfach Riedig gut Das ist ein Teamspieler Drop mal ne Waffe bitte Wex Danke Ja Das hat auch überhaupt nicht lang gedacht Mit Nachdruck erst doch mal kurz den Namen schreien müssen Warum flamet der denn Cardinal? Das war ein Lieblingsmensch Also hier in Gelb Äh ne auch nicht ganz Ah Ich kann nur dumme Dinge sagen Oh Ich lerne mal Scheiße dropper flash Ich komm Der ist schon gut Der hat so Die müssen die Nate kassiert haben Rumlings war gerade einer wegs ne Ähm Ja steht hinten Was gedacht Warum bist du nicht langsig Ne du machst das doch DADOSCH Ich hab keine Ahnung was ich da gemacht hab oder was ich vorhatte Ich fühl mich hier nicht sicher ja Ja, nein, Quatsch, kannst du nix für. Kann ich verstehen. Hätt ich aus, ja. Hätt ich gelötet? Ja, warte. Warte. Oh, was? Was? Den Drop, also du hast auch den Droppt, hast du nix zugesagt. Als ich gefragt hab, kannst du ne Waffe droppen? Okay, wann hab ich das mal was geschrieben? Bei meiner Myth hast du es genau neben meiner Y. Hast du Twitch, als du deine Werbung gemacht hast? Als du Jumel nannt hast. Vorragend. Auf Mirage war das, glaub ich. Auf Mirage. Ja, auf Mirage. Okay, Boys and Girls. Wird das unser erstes Match im 2019, was wir gewinnen? Ich glaub wir haben auch das Match gestern gewonnen und nicht unentschieden gespielt. Ne, wir haben nicht eins gewonnen. Glaub ich nicht. Glaub ich, ich hatte Adräume davon. Doch, da war Ursula wieder eingerankt. Doch, klar. Waren Drawn. 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 Sie sind überall! Waren Drawn. Waren Drawn. Waren Drawn. Waren Drawn. Waren Drawn. Dauern eine Stunde. Waren Drawn. Waren Drawn. Dauern zipiert. Gl certificates. Varen Drawn. Waren Drawn Regional Domino. Konzentrier dich jetzt! Hinterm Stein. Das ist der beste Spieler. Hier kommt die Flash. Immer noch Stein. So welches Girl sitzt realer? Ja, das ist der Abort. Heute haben sie uns getroffen. Ich habe getroffen, das heißt hinterm Stein auf einmal springt der Chicken-Hart. Auf jeden Fall nicht. Nein, er ist nicht rausgesprungen aus Chicken-Hart, aber er ist zum Chicken-Hart hingesprungen. Der ist halt rumgelaufen. Ja, das habe ich halt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, der ist der beste. Okay, ihr geht alle ab. Ihr geht alle ab. Macht Echo. Ja, ja. Gebt mir die Waffe. Geile Waffe, Alter. Ich kaufe mir jetzt auch so eine. Der Kraken. Ich habe in den ganzen zwei Jahren, wo die released wurde, 19 Kills drauf. Also jetzt warte mal, wenn er plus 4 kommt. Ich habe die neue von denen, ne? Die bunte. Die bunte? Ja, ich habe die bunte hier. Die warrier oder so ist das. Der ist ja schon in kack gecalled. Du hast hier jemanden gecalled. Mach mal ein Chilly Milly, ich bin hier weggebornet. Hallo? Jetzt ist doch drückst du die Schaden machen. Okay, einer low. Ja, hat nur noch 90 HP. Wir traden so ein bisschen die Names, ja. Wenn das ein Kill gewesen wäre, aber unmöglich mit der Waffe. Er ist unterm Fenster. Der hat dich. Ich hab ihn. Wir brauchen noch 5 Schuss dafür. Ich hab ihn nicht 1 Damage gemacht mit dem Schuss. Oh mein Gott. Ja, Überraschung. Ja, war wirklich Überraschung. Und dabei hattet der schon minus 39. Es wird schwer mit dem Team. Chat. Hallo, ich bin Katze. Dadurch kann ich nachvollziehen. Hat er gerade gesagt, es wird schwer mit dem Team? Ja. Unter 40 Punkten noch zu sein? Okay. Ja. Unter 30. Gut. Ja, irgendwo muss man halt auch mal ansitzen. Ah ja. Einer Mitte 50 AP hat einen scouted. Oh Gott, der ist schon hochgeboostet. Er hat sie nicht geboostet, der ist hochgesprungen. Oh, items. Da ist aber was passiert, ja. Da hab ich grad nen Nate gefangen, ne? Da hab ich grad nen Nate gefangen, ne? Ja, mir ist irgendwie schöner. Also einer ist auf A 50 AP. Ich sag's nur, falls jemand nen Free-Frag möchte, bitte gerne. Der hat nen Scout oder nen AWP. Wo? Auf A. Er steht immer noch oben im Dropper. Ah, ok. 7 AP. Ich hab' noch ein Schild und was du getrunken hast. Mit der Bombe. Einer checken hat einer B-Spot. Also 2 auf B. Ihr habt einen auf A. Ich hab' hier gar nicht so auf A. Warte ich komm' Du bist nicht auf A. Der eben. Danke für den Beitrag, klar. Jetzt, äh, hier beim Hattu oder so. Ich sammle den Schicken, ist da. Ich sammle den Schicken, ist da. Da muss noch irgendwo einer gewesen sein. Oh, der ist bin ich. Aber das wusstest du schon. Aber das wusstest du schon, sowas absichtlich. Na, natürlich steht der hinter der Wand. Boah, Dadosch. Wollte den Spott machen, ja? Was? Wieso? Du bist gestorben, Max. Wir brauchen mal wieder einer von euch beiden. Bevor die anderen callen. Oh, ok. Weiß ich, bleiben mit 2 Waffen über. Du hast. Teamarbeit, ja, so gefällt mir das. Hallo, Paratab. Was ist das hier eigentlich für eine Bühnchen-Army? Das ist meine. Ach so. Ich hab' die gesammelt. Eine HE und das waren deine. Wächst, ich bitte dich. Wir nehmen dich. Das war mein Kater. Selbst der wär' kraftvoller. Kraftvoller, ok. Ich bin vollflash-lang. Lang, 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 lang. Oh Gott, oh Gott. Lang sind auch zwei weitere. Wie wär's, wenn du mal stirbst? Dankeschön. Gehen sie mal vor, sie haben die schlechtere Waffe. Wir sind auf der Seite. Der ist nicht bei Peakspeed. Ok. Der Hitcher verschenkt was? Das war so richtig, richtig abgehakt, wie du so kurbeln musstest, ey. Hitcher, vielen Dank. Das klappt mal. Insane. Goddammit, real girls schon wieder, ne? Glaub's nicht. Kurz, haltet ihr gerade zu zweit, Lopper? Anscheinend. Aber lieber... Also ich werde auf jeden Fall die Waffe verlieren. Ich dachte, ich töte dich? Nee. Er steht dir links oder so um die Ecke. Ich flash ein Wams. Ich flash links. Ich hab einen Bullet. Bitte. Ach, hier ist ja der Tür. Wer hat denn die Tür hier hingestellt? Der Architekt? Was ist das für ne Frage? Wat ist denn dat für ne Antwort? Was hat er geschrieben? So, dann ist das ingame. Da hab ich alle gemerkt. Kenny hat gerade gefragt, wer hat die Tür hingestellt? Die Tür? Ach so, wow. Mein Spiel hat sich gerade minimiert. Wait, verstehe ich nicht. Ja, ich bin mittlerweile bis zu dir war. Wer hat die Tür hingestellt? Ich hab doch gesagt, ich hab irgendwie noch kein Kabel wieder gespürt. Auf der Kiste drauf. Ich will meine AK haben. Oh Gott, wer sprayt denn da ins Nichts? Oh, Hilfe lang! B lang, low! Okay. Hinterher, weg, brenne! Ah! Ich musste was machen, weil ich dachte, die tötet mich. Ich dachte auch, die naht richtig. Meine Chicken wurden getötet! Ach Mensch! 2,5 Sekunden haben sie überlebt. Da, da das Streit schicken. Ich würde jetzt gerne nicht mittendrinne raustappen. Sisko, geht das? Das wäre eigentlich ganz cool so, wenn man nicht raustappt. Ich mag die Galil. Einer hat die Bombe gedroppt. Hä? Ich hab nicht gesehen, dass du das machst. Einer hat die Bombe schon wieder gedroppt. Ach Mensch! Ach Katze! Jetzt aber, ich steh neben dir. Dann kommt Alang, safe. Ja, also er ist relativ. Aber er ist links weg. Er hat Angst. Er ist krass oben. 2, 2 oben, 2 oben, hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Ja! Einer ist Alang. Der Call hätte früher kommen müssen weg. Der Call hätte früher kommen müssen weg. Er ist krass. 2, 2 oben, 2 oben, 2 oben, hinter euch, hinter euch, mehr lang, hinter euch, mehr lang! Welcher Call? Einer ist Alang. Ah ja! Der den gerade gekoilt, während alle tot waren? Ja! Indem er mir erschossen wurde. Wo wusste ich, dass ein Gegner Alang kommt. Geht nochmal alle A jetzt. Dann gib mir die Bombe. Hinten rechts. Du musst mir einen neuen lustigen Namen überlegen. Obwohl ich bin nicht lustig. Candy gibst mir die Bombe eben. Hinten rechts. Danke. Da ist einer! Einer ist Alang. Durchs Feuer! Das sind 2er lag ich sogar. Au! Der hat mir den Molly an den Kopf geschmissen. Einer ist auf A-Side. Auf meiner A-Side. Einer ist links Connector. 60 HP. Also CT Connector. Ich bin so blind, ich bin so blind, ich bin so blind. Nice. Oh! Oh! So, jetzt kriegt Becks erstmal einen Upbrang. Hauptsache nicht letzte! Bis zum nächsten Mal.